Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Daisy Epoch an meiner Seite, ähm Daniel, Blaze und Orca, Lukas ist nicht da. Hallo, hallo. Oh, der Orca ist für der Zombie-Magnet. Haha. Warum ist das jetzt auf einmal so laut? Hier ist irgendwas. Wegenüber uns. Ist schon lächelig laut dein Heli. Also, Daniel, wie machen wir's? Wollen wir zuerst kurz in die Base, oder nicht? Können wir machen, ja. Also mit dem Auto, los. Ich brauch nämlich noch, äh, Essen und Trinken. Warte, fehlt Reef. Hm. Hm. Ah, dann brauchen wir's nicht. Ne. Können wir stehen, also. Also, zurück zur Base, okay. Ja. Wir tun nur kurz schnell, äh, Sachen wegpacken. Ah, dem Air-Magazin müssen wir noch reintun. Ja. Logo, Logo, Logo. Nur eins, nur eins, nur eins. Gibt es hier ne Hellcat auf dem Server? Ähm, ich glaube nicht. Ich weiß, doch, gibt es, doch, gibt es. Ich hab ne Hellcat gefunden. Ähm. Ja, aber die ist abgeschlossen. Ja? Glaub ich. Kannst du zwei oder drei haben, wenn du was... Ja, dann gib mir zwei. Also, noch eins, genau. Das, das dritte brauch ich nicht. Alter, ist das laut! Bin ich mehr bei euch? Ne, unser Heli. Ne, unser Heli. Markieren? Mhm, mhm. Ja, essen. Essen brauch ich, also. Blaze, der ist abgeschlossen. Und wieso? Wo? Weil da jemanden gehört. Kann man den kaufen? Ja. Wo? War wahrscheinlich Super Hero oder Super Bandit. Aber da hat echt jemand gebaut, Daniel. Hm. Wie ist das? Nee, das ist keine Hellcat. Ja, aber sowas ähnliches mit Raketen und so'n Scheiß. Ja. Den Heli will ich gern haben. Der da unten steht. Ah. Ach ja, der... Alter, sind wir schnell 330 kmh. Mhm. Mhm. Der Mörder mäßig. Also du packst schnell deine DMs weg und ich die anderen Waffen und dann geht los. Ja. Und packen wir noch ne normale Waffe ein. Ja, ich hab ne Saw. Ja, sowas ähnliches. Du brauchst irgendwas, was schnell schießt. Das verspreche ich dir. Ja. Es reicht eigentlich auch sogar ein M16 mit ACOG oder sowas. Danak reicht vollkommen. Hauptsache du hast irgendwas, was auf kurze Distanz... Ja. Ja, Leute, da machen wir nämlich Bot City. Hatten wir ja schon mal ne Weile vor gehabt. Aber zu zweit ist das immer bisschen... Bisschen... Ja. Bisschen mühsam. Ach ja, wir haben hier weiter gebaut. Haben die es gesehen? Ne, ne? Weiß jetzt nicht. Ansonsten sehen sie es jetzt. So dick haben wir noch nie gebaut, Daniel, so dick. Mhm. Aber wir haben auch diesmal noch keine Steine verwendet. Kommt aber noch. Und wir haben diesmal das Grundstück nicht so groß gemacht. Ja, weil die Pilotpol hier auch deutlich kleiner ist. Das ist Fort Knox, Leute. Also es wird noch Fort Knox. Es soll zumindest nur cool aussehen. So. Krieg mal auf. Es sind ja auch noch Waffen im Heli drin, ne? Ja, soll ich ein paar ausholen? Ach, die können jetzt drum bleiben. Ähm, bin gleich da bei mir jetzt geklingelt. So. Machst du die Sehfuß? Dass ich gucken kann, äh, was noch an Munition für meine do ist. Sorry, Leute, ich dachte, das ist Frauchen, aber es war nicht Frauchen. Warte mal, ich hab laufend hier den anderen. Guck mal, was an AKM do ist. Mach mal auf, Ivan, bitte. Alles klar. Also die M40 ist sekundär Waffe, würde ich euch empfehlen, dass dies einfach nur sekundär ist. So. AKM ist, äh... Ist der auch? Ist da, im linken Safe. Ja. Ich pack mal alle Waffen erstmal rein, die ich dabei hatte. Ivan, den ersten auch mal bitte. Moment, ich kann mich nicht zerteilen. Moment, Moment, ich beeil mich. Also, ich brauch nur AKM-Munition, also. Ja, dann, Oka, muss nur auf Seite. Ehm, Moment. Ich nehm dann... Ähm... Was nehm ich denn? Oka, bitte. Geh doch mal kurz weg, nur kurz. Du kannst dich doch bewegen, während das Inventar offen ist. Meinst du mich jetzt? Ich bin schon weg. Jetzt, ja. Jetzt kannst du wieder ran. Blaze fliegt hier rum. Ja. Der sucht schon mal ein Schlüpfloch. Schlüpfloch, wenn wir mal offline sind. Ja, die dürfte reichen. Ja, gut. So. Und die... Das hier, bla bla bla. Jetzt hat's schon wieder geklimmelt, jetzt riech ich durch. Wieso packt er die denn? Oh. So. Jetzt mach ich noch nicht auf. Jetzt will ich mich erst mal ausrüsten. Nach muss ich beide... Oh Gott. Wo ist denn die M40 A3 jetzt hin? Muss ich sehen, wo ist denn... Wie halt hieß, MK17 Sniper ist die? Oh shit, Alter. Was los? Oh. So, wieder kurz weg. Egal, nix mehr. Was passiert? Ich hab ein Kilo, äh... Ich hab irgendwas... So, ich bin eigentlich... Seid ihr denn? Fertig. Ah. Ich brauch noch Blut. Also... Ah, ist da drinne. Ja. So, sie mit Schalldämpfer. Oh, mit Schalldämpfer sogar. Gut. Einmal frei. Äh... Ah. Wollt. Ähm... Kann ich zumachen? Ja, Ivan. Äh... Die Frage ist jetzt, äh... ob wir mit der Mi oder mit dem anderen fliegen. Ähm... Wir könnten aber auch bei Blaze mitfliegen. Ich hab's mir recht überlegen. Oder? Oder wo bist du? Oder bist du schon bei Bot City? Ja, ja. Ich bin bei Bot City. Okay. Wir haben warten. Daniel, sag mal, ey, so ein Trinker Amo mitnehmen. Du bist doch hier. Blaze. Warte, warte. Bist doch vor mir. Wenn dir das hier mal... Warte, gönn dir das. Was dann? Aufm Boden. Was soll das sein? Ich seh da... Also, das zeigt mir nichts an. Ich seh da zwar... Ich seh da zwar was, aber... Was ist denn da? Musst du mir... einen Rucksack tun. Äh... Kilo Femp. Nimm... Nimmer. Hab ich. Rechtschläge, smoke this shit. Warum? Warte, ist er high. Warte, ist er high. Warte, ist er high. Oh, ne. Nein, passiert nix. Wuck dir nicht. Okay, warte. Wow. Da gehen meine Farben alle. Alter. Ich hab eben nicht den Alka gefunden, deshalb. Ähm... Ivan, fliegen wir jetzt mit der Mi oder mit dem anderen? Oh, Moment, ich seh nix. Hä? Ähm, wir fliegen mit der Mi. Bist du voll drauf, ja? Na, dann mach mal's. Alter. Hier war was willst du helfen? Ich bin nochmal in den Safes. Das ist Orga, der da draußen trifft. Ja. Alter, ist das n' Scheiß. Bist du weg. Oh, Gott nicht. Wir sperrt zu. Mach ich das halt. Alter, das ist ja voll ekelhaft. Also fliegen kann ich nicht. Ja, das mach ich halt schon. Kannst du vergessen, ich bin voll drauf. Das ist richtig genial. Ja, und wann hört das auf? Ja, ahnung. Alle Farben, ey, grün, rot, hast nicht gesehen. Oh, jetzt hat's aufgehört, endlich, boah, meine Augen. Das hab ich auch eh gedacht, ey. Du kriegst ja nen epileptischen Anfall da durch. Mhm. Alter, ich hatte das, ich kenn das aber auch. Irgendwas hab ich vergessen. Weiß aber nicht was. Ich hab sogar eine mit Schalldämpfer gefunden. Ich hab sogar eine mit Schalldämpfer gefunden. Ich hab sogar eine mit Schalldämpfer gefunden. So, Leute. Dann mal los. Wer hat jetzt müssen? Wer war das? Wer ist los? Ähm, glaub mir, du willst nicht ähm, den dein Heli mitnehmen. Weil wenn du stirbst, dann hast du nichts, wie du hinkommst. Äh. Welche Mission ist das? Bot City. Jo, bin drin. Haben wir ordentlich gebaut. Oh ja. Wird aber noch höher. Dann besser und größer und stärker. Und männlicher. Ja. Ich bin jetzt grad voll kurzatmig. Ich musste kurz runter rennen. Wann hast du nicht gesehen? Und äh. Neun Leute drauf. Das ist doch wenig. Ja, okay, es ist immer noch Mitte der Woche. Mhm. Passt. Ende der Woche. Ich bin ja gespannt am Wochenende, wie es da ausschaut. Weil am Montag waren es irgendwie 22, ne? Ja. Am Montag. Das ist schon was. Also ich sag's euch gleich, ähm, die Typen schießen ziemlich scharf. Kommen auf euch zu gerannt. Oh ja. Da ist. Oh. Da hinten. Ja. Kann ich ja jetzt drüber rauslassen. Hier ist der Eingang. Aber ich fliege einmal schnell drüber, dann kann er rausspringen. Jetzt er. Äh, da sind drüber ein Bot. Haha. Jetzt im Wald komm. Wieso schießen die nicht auf uns? Jetzt. Ach, jetzt schießen sie auf uns. Alter Blaze, du hättest rausspringen sollen. Schau, da hinten ist das Ende. Siehste? Das ist dann nur noch Schlauchlevel. Okay, ist beinahe schon das Ende. Hier kannst du runterspringen. Da rein. Da sind nur Bots. Die Spaß. Wir müssen jetzt hier irgendwo landen. Aber ist schon gigantisch, ne? Äh, Blaze, was machst du? Wo springst du hin? Oh, die... Die FPS gehen schon wieder in den Keller. Wieso? Ja. Wir wurden beschossen. Ne, gleich nur noch wie der Heli runter geht. Buh! Oh, oh, oh. Die haben uns schon wieder getroffen. Hast du gesehen? Ja, ich hör's. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Au, 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 au. Die stehen komplett verdächtig nahe, also. Also, mich haben sie fast getroffen. Ist der Heli noch ganz, oder? Ja, ja, alles ganz. Boah, die FPS. Oh, ja. Die geht ja mal richtig in den Keller. Lees, wo bist du? Alter, der ist im Dschungel. So. Neun. Pass mal kurz auf ihn. Neun FPS. Zehn. Oh. Elf. Ehrlich? Zwölf. Der kannst du doch nicht aufnehmen, oder? Na doch, doch, doch. Geht. Wie gesagt, ich bin da nicht in Zeitlupe. Das ist, also ich renne trotzdem noch normal. Wenn du nur was sagst. Naja, ein bisschen. Ein bisschen anders sieht's schon aus. Also man merkt schon, was ist, ruckelt halt ein bisschen. Aber da können wir nix finden. Das liegt jetzt wirklich daran, dass hier gebaut wurde wie Blöde. Ja. Ja. Ihr habt's gesehen, das Riesengebiet, die ganzen Steine hier. Äh. Ja. Wie gefährlich sind sie? Ja. Weißt du. Die Steine oder die Bots? Die Bots. Sehr gefährlich. Die sind genauso gefährlich wie... Ich hab auch ne schallgedämpfte Sniper dabei übrigens. Ne, ich ne M4. Bei Schall gedämpft ist hier echt gut. Blaze kommst du? Ah. Blaze? Daniel, wo gehst du hin? Ich schleiche mich schon mal ein bisschen vor. Ah. War nur Spaß, war nur Spaß, ist okay, ist okay, war nur Spaß. Ja, ja, ich seh dich im Baum stehen. Du hast nen Namen übrigens bei mir, ne? So bin wieder da. Achso. Ach wollt ihr echt vorgehen? Vom Wolle ist doch keine Red, also. Also auch immer schön nach hinten schauen und so. Ganz wichtig. Lass mich mal vorgehen. Ich war hier schon mal. Hab das Ding fast alleine gemacht. Aha. War kein Witz. Ehrlich. Ich weiß wo die Bots stehen. Ich weiß wie die Bots riechen. Mhm. Oh, hier kann man diesen Pickup entfernen. Möchte das jemand tun? Oh, die Bots sind da rechts um die Ecke. Da stehen sie um die Ecke. Warte mal. Pickup entfernen. Ich? 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 Doch, doch. Keine Sorge, wir haben hier noch nen Container. Und da sind Steine. Schraubstofftankteile nimmt mal jemand bitte mit. Oh Gott, ruckel ruckel. Rechts um die Ecke sind sie. Siehst du was, oder was? Ähm. Ich benutze grad nen Bug, das du durch den Container durchsehen kannst. So. Einer down. Weiter down. Oh, die haben alle MK17. SD. Da vorne ist ein M2 Geschützmoment. Genau. Oh, da hockt einer. 3 down. Wie viel gabs hier? Genug. Alter, hast du mich erschreckt Jetzt da Manchmal sind sie wirklich nur bewusstlos und stehen wieder auf, also Vorsicht Da hockt immer noch ein Gilly an der Ecke Da hockt ein Gilly in der Ecke, seht ihr das? Nee Oh Leute Hallo Ja Vollgas Weil links ist glaube ich einer Oder zwei sogar Ja, dahinter das Haus Ja, der liegt da, der liegt da Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Der liegt da an der Hausecke Äh, hier an der Ecke Eine Kreuzung Ich bin tot Uiuiui Ich konnte mich noch hinter das Haus flüchten Ja, ich hab's gesehen Arschloch Ja, was soll ich machen, dir die Hand halten oder was? Ja, war gut Ey, warum ich? Warum ich? Warum gerade ich? Ja, weil immer der, der vorausgeht und steht als erstes Daniel? Ja Ja Es ist klar, dass du mich jetzt holen darfst Ja, soll ich jetzt da wieder rüber rennen und mir den Arsch schießen lassen? Ja Blitz, könntest du die mal jetzt ablenken, wenigstens? Die ablenken, könntest du mal, mach doch selber Ich seh ja nicht mal ihn Ich hab auch nichts gesehen Ich hab nur den Typen gehalten Jetzt machen die das ohne mich Jetzt machen die das ohne mich Ne, ich komm gleich, Ivan Daniel, du musst mich abholen, weil ich bin als nächstes mit der Aufnahme dran Ja, ja Okay, okay, ich sprinte jetzt, ja Seht ihr da noch einen? Sprinte, Daniel, renn, renn Oka, hallo Oka, komm mal entgegen Kurz Hand klatschen Ja Den Stab weiter erreichen, weißt du Wo gehst du hin? Ich muss Ivan holen Tut mir leid, sorry Kurz angebunden, muss Ivan holen, schau Danke Kann ich mich ja gleich abholen Aha, okay Na, warum bist du auch dahin gerannt? Wer wurde, Oka, an der gleichen Stelle wie ich, oder was? Ja, wahrscheinlich Ei, dort, wo Daniel mir entgekommen ist Naja, das war da, wo Ivan auch gestorben ist Ja, jetzt bin ich natürlich nicht so vorsichtig, weil die Leute Ich kann's auch abholen, ich hab keine Bandagen Geh an, meine Leiche, dort sind drin Da wollte ich nicht hingehen Pass meine Leiche bitte nicht an Die Bandage brauche ich selber noch Da stirbst du Oh, wie komm ich jetzt? Was war das denn? Bist du auf ne Katze getreten, oder was? Ja, ja Ey, Daniel, verbind mich mal schnell, bitte Ich kann nicht, ich sitz da schon im Heli Egal, steck aus, schnell Nein, hol mich Du musst mich sonst auch abholen Ja, dann hol ich dich Nein Ja, schnell Oka ist nicht in der Gruppe Nee Ich muss ja später verbinden, also Das Daniel, kommst du jetzt? Ja Momenti Alter, ich sehe auf der Karte, dass du nicht fliegst Jetzt fliegst du Oh, die schießen Hilfe 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 Ja, genau, geradeaus, weiter, einfach geradeaus runter Nicht auf mich Quatsch, das bildest du dir nur ein Ach, nee, hab mich nicht getroffen Nicht getroffen, Arschiraufen Hihihi Oh, oh, in der Luft sehe ich die Leuchtkugel an mir vorbeizuscheln Ich dachte, du bist abgestürzt jetzt oder so Oh, nee Weißt du, das lacht doch noch, Arschiraufen Aber der Heli beim Starten jetzt, der ist voll nach hinten gegangen, ey Ich dachte schon, der rutschte da in den See rein, ey Komm ich immer noch genau auf dich zu? Ähm Ja Sehr schön Ähm, du, warte Ja, 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 ja Bisschen links Ganz leicht nur Ja, perfekt Falls du schon links gemacht hast Wenn nicht, dann war scheiße Hab ich, ja Warte ich in einem zombie verseuchten Dorf auf dich? Ja, tut mir leid, Blaze, aber dann hätte ich jetzt mein Leben auch noch riskiert Ja, ich war unter dem Heli Der war wirklich unter dem Heli Du warst unter dem Heli hier? Ja Na, das hättest du was sagen müssen Ich dachte, du warst drinnen im, im, im Nein Ich bin rausgerannt Oh Mann Echt, du bist, warum? Hab ich gar nicht, das hab ich überhaupt nicht mitgekriegt Du hättest einfach nur die paar Leichen, die dort schon lagen, lupen sollen, dann hättest du verbändig ab, wie blöde Da gibt's auch ein Krankenhaus drinnen und ne Schule Ach, jetzt seh ich dich Ich geh auch dann ab, ey, die Mi ist so scheiße schnell Bei Daniel, der kriegt jetzt richtig Punkte dafür Oh, ähm, paar Survivor machen eine Mission Weapons Truck Ja genau, runter, 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 runter Gib dich Wer macht denn die Inladung, ne? Ja, wir sind, die ist noch, die steht noch Sind die Kugeln überhaupt angekommen? Welche Kugeln? Okay Oh doch, die müssen mich doch einmal getroffen haben Unten das letzte ist jetzt gelb Ehrlich? Mh Von 1911er Dann war ich nicht das, dann war es die Oder hast du mich gerade angeschossen? Ja, mit 1911er, mit der Pistole Ja, ich wollte gerade sagen, ey, die hat mich doch nicht getroffen, weil die ganze Zeit noch grün Jetzt ist aber gelb, oh eh mal Ey, Alter, jetzt kommt Alter Hä, hä, hä Im Heli sind ja noch Waffen Ja Cool Das ist clear Oh, 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 oh Hast du fliegen? Ähm, wo hatte ich Ähm, meinetwegen Daniel, weißt du, wo ich mein Gili-Soot hin hatte? Dein Gili-Soot? Ja, ich hatte einen dabei Hast du den nicht an? Hast du den nicht an? Hast du den nicht an? Hast du den nicht an, ja? Oh nein, ich voll idiot, ich hatte den wirklich an Hm, und lass uns mal hier einen Schnitt machen Ja, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal Macht's gut, bis gleich Tschüss Und schenk dann Kommentare und Likes, wir würden uns sehr freuen Tschau Und schau Andrés Und seitens ja Das ist ja